Manchmal sind die Ereignisse nicht so weit weg, wie man meint. Nachdem sich Anfang Oktober die USA aus dem autonomen Kurdengebiet in Nordsyrien zurückzogen und die Türkei einmarschierte, brach auch für viele Menschen in Österreich eine Welt zusammen. Viele andere wiederum begrüßten den Einmarsch. Melissa Erkurt hat sich angesehen, wie die in Österreich lebenden Kurden und Türken mit der neuen Konfrontation umgehen. Mamo Mirsani, Sprecher des österreichischen Ablegers der pro-kurdischen Partei HDP und Ercan Karaduman, politischer Aktivist und ehemaliger Pressesprecher der Erdogan-nahen UETD, treffen aufeinander. Die Stimmung zwischen Kurden und Türken ist angespannt. Deshalb ein Dialogversuch auf neutralem Boden im arabisch-österreichischen Restaurant Habibi und Havara. Ich bin traurig darüber, manchmal macht es mich sogar wütend, dass österreichische Mitbürger mit türkischem Background die Rechte, die sie in Österreich haben und einfordern und erweitern wollen, zu keinster Weise den kurdischen und anderen Minderheiten in der Türkei zusprechen wollen. Ich darf aufklären, dass in der Türkei 16 bis 20 Prozent der Gesamtbevölkerung Kurden sind. Und diese Kurden sind gleichberechtigt. Ich darf aufklären, dass kurdisch unterrichtet wird. Ich darf aufklären, dass kurdisches Fernsehen geht. Es wird kein kurdischer Schulunterricht in der Türkei unterrichtet. Es gibt keine Minderheitenrechte von Kurdinnen und anderen ethnischen, religiösen Minderheiten, die verfassungsrechtlich garantiert sind. In der Türkei werden Parteien, die von Kurdinnen und von anderen Minderheiten gegründet werden, das Extremste verfolgt bis zu Gefängnisstrafen, Folter und Tod. Und das will niemand ansprechen und das ist schade. Die Kurden fordern ihre Freiheit in Österreich selbstbewusst ein. Ein Teil der Demonstranten schwenkt Abdullah Öcalan und YPG-Fahnen. Öcalan ist Gründer der Terrororganisation PKK. Die kurdische Miliz YPG wird von der Türkei als Teil der PKK betrachtet. Eines möchte ich noch da unterstreichen. Es gibt ein Symbolverbotsgesetz in Österreich, nicht wahr? Die natürlich auch jegliche PKK-Symbole in Österreich verbietet. Aber was passiert in Österreich? Was ist das, was am meisten hier passiert? Ist jetzt in der letzten Zeit nach diesem Verbotsgesetz. Es sind unangekündigte, unangemeldete Demonstrationen finden statt. Hier unter der Flagge von der PKK, unter der Flagge von Öcalan. Und dieses Verbotsgesetz greift auf einmal nicht. Es kommen keine Strafmaßnahmen drauf hin. Laut Polizei fallen Fahnen mit Öcalan-Porträt aber nicht unter das Symbolverbotsgesetz. Der Vorwurf, Österreich würde Partei für die Kurden ergreifen, kommt von türkischer Seite immer wieder. Beim Fackelzug in der Wiener Innenstadt sind der grüne Politiker Nikolaus Kunrad und Andreas Schieder von der SPÖ anwesend, der als guter Freund der Kurden vorgestellt wird. Die JBG, die sind diese kurdischen Milizen, die haben mit Unterstützung auch der Völkergemeinschaft wie den Amerikanern letztlich den islamischen Staat besiegt. Die haben gekämpft, damit dieser islamistische Terror nicht größer wird, sondern weniger geworden ist. Das sind also keine Terroristen, sondern das sind Freiheitskämpfer. Und so sollte man sie auch behandeln, auch jetzt in diesen schweren Stunden. Der türkischstämmige Politologe Cengiz Güney sieht das kritisch. Es ist vielleicht weniger überraschend, weil es innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie eine lange Tradition einer pro-kurdischen Position gibt. Ich finde es halt nicht unbedingt produktiv, weil es immer sehr starke antitürkische Statements gibt und nur prononciert kurdische. Gerade wenn man sich als Vermittler zum Beispiel in diesem Konflikt einprämen möchte, muss man als neutrales Land vielleicht da eine zurückhaltendere Position einnehmen. Die Vertreter der Communities dagegen fordern eine klare Haltung von Österreich. Die österreichische Regierung muss dafür arbeiten, dass die Türkei nicht mehr EU-Mitglied werden kann. Auf diese Art und Weise sowieso nicht. Sofortiger Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei um EU-Mitgliedschaft. Wirtschaftliche Sanktionen, politische Sanktionen sich innerhalb der UNO und auch der EU für eine Flugverbotszone einsetzen und den Menschen dort helfen, weil das ist ein Krieg, der vor unserer Haustür passiert. Fluchtursachen bekämpft man nicht, indem man wegschaut, sondern indem man dort in den Gebieten, wo das passiert, dem einen Einhalt gebietet. Ich würde mir von Österreich wünschen, insbesondere von der österreichischen Medienlandschaft und von Aggressoren, von politischen Aggressoren hier in Österreich, dass sie eine Redlichkeit anstreben und eine Integrität anstreben und als allererstes einmal die PKK als terroristische Organisation einmal anerkennen und auch so behandeln und differenziert zu betrachten und dass die österreichischen Medien da nicht die ganze Zeit provozieren und eine Hetzjagd machen und die Türkei beschmutzen. Einig werden sich die beiden Männer wohl nicht mehr. Der Protest auf Österreichs Straßen wird also weitergehen. Melissa Erkurt hat berichtet. Westen